Hallo und herzlich willkommen bei Vast Tuning. Freunde, das geiler Seeprojekt steht an. Wir freuen uns alle sehr drauf und die Challenge war nicht mehr als 150 Euro fürs Auto ausgeben. War nicht leicht, ehrlich gesagt. Wir haben es aber hinbekommen. Wir warten jetzt sowieso schon auf die anderen, die müssen jetzt aufkommen. Attraktives Auto. Sag mal, was ist denn? Willst du nicht meinen Spiegel anfallen? Ja, jetzt wird mir doch der Nico. Aber der ist ja schon hübsch und so, oder? Ja, also du hast einen guten Spiegel, glaube ich. Geil. Ah ja, warte mal, ich glaube... Okay, wir sehen. Opel Quaser. Deine Ziele ist der Helden. Ja, ich bin ja irgendwie mir treu geblieben und bin manchmal auf 3 geblieben. Ihr seid ja voll aus der Reihe. Alles klar. Was hast du in der Haube? 1,2 Liter? Vor 8,2 Liter. Genau. Ja gut, also ich bin mit einem 1,6er, glaube ich, schon ein bisschen besser dran. 1,3er. Aber du hast einen Rallystreifel, das ist ein Fuchs im PS-Go. Bestimmt. Ey, ich habe ja irgendwie ein bisschen Bammel vor den ganzen Challenges. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Schwiegler. Was solltest du mal machen? Hat er einen Unfall gehabt? Ist gut. Du kommst auf einen Unfall, Mann? Ich bin Schatten. Guck mal, jetzt sieht der ganze Wind aus. Okay, sag mal. Hallo. Kannst doch nicht auf mein Auto einschauen. Schau mal, was willst du denn? Na gut, Freunde, es wird eine katastrophale Reise. Mal gucken, wie viele ankommen. Ja, irgendwie müssen wir ja alle hinkommen. Ich habe mal eine Radkappe kaputt gemacht. Oh nein! Na ja, auf jeden Fall, dann würde ich eigentlich sagen, sind wir soweit durch, oder? Ja. Na ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim Anfang der Tour. Warte rein.